Was ist kaputt, meinst du? Ich glaube, du bist drinnen. Der Motor ist außen, das andere Rohr ist... Ne, das andere Rohr ist auch nach unten rollt. Ich glaube, ich wiederhole, du bist drinnen draußen bei der Mülltonne an der Eingang. Fuck, ich hink... Ich glaube, der ist ganz aufschießen. Aber ich glaube, der ist ziemlich kaputt. Ja, da brichtbar kann er nicht hinschießen. Kannst du mal draufschießen, vielleicht steckt ja die Crew aus. Treffer. Ich jetzt. Los, Scruffy, du willst... Und wieder an. Ich bin, äh... Ah, ich seh den. Ich hab mich dann links daneben. Was ist das für ein Arschpanzer? Beide Rohr sind aber nach unten geneigt. Ja, aber das Rohr bewegt sich nicht, das heißt, er kann damit noch zielen. Sie sind da unten geneigt, weil er versucht, mich zu treffen, aber er steht zu seinem Hang. Ich auch genau an, als ich die so. Wenn ich mich bewege, ich trete. Wenn ich von Fenster zu Fenster, seht ihr das? Das ist immer, wenn ich am Fenster aufsaufe. Ja. Ja, ja. Hätten wir das auch geklärt, der kann noch schießen. Okay, jetzt ist der Raum. Okay, bockt sich da ein Baum auf? Du bist direkt beim Panzer, oder? Steffi? Nein, Steffi, Felix schießt her. Ja, ich hab' da gedrückt. Trifft auch. Ach, da liegt's, Scruffy. Alles umsonst. Mann. Hm. Also, unten die Tür kannst du, glaub' ich, raus. Frau Aurelia, ich dachte, du bist verpasst. Die Linke oder die Rechte? Hab' ich irgendwie falsch verstanden. Die nach Südost, wo nach unten die Treppe ist. Und dann erst die Tür kommt, wo man sich hinter einen klemmt will. Ja. Das ist doch nicht normal, dass der so viel abkann. Hallo? So wie Scruffy ist letztens. Also, ich glaub' rechts rum könntest du laufen. Auf die Straße. Wenn dich halt nicht die anderen mehr schießen. Und dann kannst du eben, als fährt da runter. Er ist im Loch. Und bloß. Er kann schießen. Geh mal besser auf die andere Seite. Oder ich geh ins Klo. Ich hätte vorgeschlagen, du gehst zum Humvee und holst dir die Werfer da raus. Da wird ein AT4 oder ein 2 drin sein. Oh ne, die schießen einfach Artillerie. Gewonnen.